Ingwer echter Geheimtipp Es ist den meisten peinlich, schwitzen unter den Achseln. Die Gründe für die unangenehme Schweißbildung sind vielfältig. Hohe Temperaturen und Stress zählen ebenso zu den Auslösern wie die Hormonsituation im Körper und die genetische Veranlagung. Dann braucht es nicht nur ein gutes DE. Auch über die Ernährung lässt sich die Schweißbildung beeinflussen. Um Schwitzattacken erfolgreich zu lindern, ist es wichtig herauszufinden, was der Auslöser ist, wie Diplom-Ökotrophologin Brigitte Neumann weiß. Sind Stress und Anspannung die Ursache oder hohe Temperaturen, gibt es einige Ernährungsstipps, die helfen können. Bei Stress und Anspannung helfen Gewürze, Kräuter und Lebensmittel, die entspannen. Sind hingegen hohe Temperaturen schuld, können kühlende Lebensmittel helfen, erklärt die Ernährungsexperte. So sind Salbei, Pfefferminz und Melisante für heiße Tage eine gute Wahl. Salbei hat eine artstringierende und desinfizierende Wirkung. Das heißt er hemmt sowohl die Schweißbildung als auch das Wachstum von geruchsfördernden Bakterien, erklärt Neumann. Unangenehm im Geruch kann so vorgebeugt werden. Pfefferminztee und Melisante hingegen wirken angenehm kühlend. Allerdings ist die Pfefferminze laut der Expertin effektiver als die Melisse. Das Minzöl ist eines der am meisten kühlenden ätherischen Öle. Sobald man es auf die Haut gibt, spürt man den Effekt. Und genauso wirkt Minze auch von innen. Ein echter Geheimtipp für Stressschwitzer ist laut Neumann übrigens Engwe. Er entspanne und wärme angenehm von innen, ohne dabei schweißtragend zu sein. Im Gegenteil, Engwe hemmt das Schwitzen. Denn wärmend heißt nicht automatisch schweißfördernd, sondern kann sogar für weniger Schweißfluss bei Angst bzw. Anspannungsschweiß sorgen, so Neumann. Ähnlich ist es bei Zimt. Er wärmt und entspannt, treibt die Schweißproduktion aber nicht an. Ebenfalls entspannend wirken zudem die Gewürze Fenchel, Kardamom, Kuriendär, Kurkuma, Safran und Kreuzkümmel. Besonders wirkungsvoll sei Kreuzkümmel in Kombination mit Joghurt und etwas Minze. Joghurt und gesäuerte Milchprodukte zählen zu den kühlenden Lebensmitteln. Eine Portion Joghurt kann durchaus helfen, besser mit der Hitze und dem Schwitzen klar zu kommen. Kommt da noch die kühlende Wirkung der Minze hinzu und der entspannende Effekt des Kreuzkümmels, hat man eine gute Mischung, erklärt die Ökotrophologin. Auch Blattsalate mit Vinaigrette kühlen und können hitzübedingten Schweiß reduzieren. Ein idealer Durstlöscher an heißen Tagen ist übrigens Zitronenwasser. Nicht nur, dass regelmäßiges Trinken die Flüssigkeitsspeicher wiederfüllt und den Körper vor Überhitzung schützt. Zitronen liefern kühlende Zitronensäure und versorgen den Körper zudem mit Mineralstoffen, die durch das Schwitzen verloren gehen, sagt Neumann. Darunter beispielsweise Kalium, Magnesium und Kalzium. Und noch einen Vorteil hat eine reichliche Flüssigkeitszufuhr. Der ausgeschiedene Schweiß ist weniger konzentriert und riecht weniger streng, was der Fall sein kann, wenn man etwa Zwiebeln, Knoblauch oder andere intensive Gewürze gegessen hat. Doch auch wenn es Lebensmittel gibt, die den Körper kühlen und entspannen und so das Schwitzen reduzieren können, zum Feind sollte der eigene Schweiß nicht werden. Schwitzen hat eine sehr wesentliche Funktion. Auch er kühlt den Körper und schützt ihn vor Überhitzung, sagt Neumann. Deshalb ist es durchaus wichtig, bei Hitze zu schwitzen, auch wenn es vielen peinlich ist. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite. E. I. J. R.